Wie ihr hören könnt, sind wir auf einer Musikmesse. Nee, wir sind auch nicht auf einer Musikmesse, sondern wir sind auf der FIBO in Köln. Es ist hier verdammt laut, sodass man fast nichts hört. Aber wie ihr sehen könnt, da ist verdammt viel los. Wir haben Freitag, das ist ja eigentlich noch nicht der Tag mit den meisten Besuchern. Die meisten Besucher kommen morgen und am Sonntag. Aber Hammer, 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 Hammer. Jetzt gehen wir mal ein paar süße Bräute angucken. Außer süße Bräute hat es natürlich auch